Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Lucky Survival Games mit Nefias Hallo Und mit Gordobai Hallo Anne Hallo Anne, ich steh neben dir, ich steh neben dir, hallo Anne, hallo, hallo Ja, da schlagen sie sich Hallo, hallo 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 Ich lauf weg und ihr? Tschüss Ich auch Oh, hier geht's ganz schön steil runter Keiner geht in die Mitte Da springen halt, du kriegst keinen Schaden Achso, sag das doch Ich hänge im Spinnnetz fest Oh nein Hi Nefi, na? Oh, du hast da schon was übersehen, ich seh das hier Du hast schon was übersehen, also ich schon Ja Und ich komm da nicht dran Ich bin als erster tot, ich hänge hier immer noch im Spinnnetz Vielleicht wenn ich mich tarn Du hängst Okay, irgendjemand hat sich zu mir geportet und dann wieder weggeportet Uah! Aua! Nein! Was denn? Sterbe, oder? Sterbe ich nicht? Mal gucken Ich mach mehr Kritz, ich mach mehr Kritz, ich mach mehr Kritz Faustkampf Ja! Ja! Jetzt stirb uns nicht weg, Nefi Immer dran denken, Nefias Springen Ja, ich bin gesprungen wie so ein Weltmeister Und vorher habe ich noch ein Anvilkill überlebt Einen Schwamm wollte ein Amboss auf mich werfen Ja! Das ist bitter Aber gut, ich würde auch manchmal gerne einen Amboss auf dich werfen So, ich guck mal bei Nefi dann Bist du schon tot? Ja, ich hing im Spinnnetz fest, das war leichte Beute, das hätte jeder gekriegt Kannst du mal gucken, ob da unten noch einer ist? Ob da unten noch einer ist? Ah, ich brenne! Scheiße Ne, unten ist alles frei Gibt zwar einer drei und er lügt mich an Da hinten ist sogar noch ein Dings Unschwert Ne, wo war Anonymous? Da ist Anonymous War was in den Ender Chests drin? Ne Noch mehr Ender Chests Hast du Level, Anne? Ne Gar nichts, hab nur ein Steinschwert Oben ist, du hast auch eine Mütze auf Ja, ich hatte eine komplette Kettenrüstung getroppt am Anfang, weil da kam ich nicht ran Da ist nichts hier Das ist natürlich traurig Aber unterm Dings sind zwei Spieler Oh Unterm Turm Gibt's hier Wasser, in das ich reinspringen kann? Ne Hab auch schon geguckt Lügt doch nicht Wie kann man noch reinspringen? Versuch's Ich sag, du schaffst das nicht, ich filme das Ich mach's in Zeit, Lupe Ich schaff's nicht Ich darf nicht sagen Ich hab's doch gesagt Woh Oh Jetzt musst du erstmal weinen Erst kam der Blitz然後 sehe ich nur TNT rumstehen Und ich denk so, nein. So geil. Da sind noch neun Spieler übrig. Das sind zwei Spieler, die teamen in Eisenrüstung. Was soll das denn? Bring ins Wasser. Schaffst du. Da ist auch Eis zwischen, ne? Ja, ich weiß. Hat ich nicht gesehen. Ich guck mal, ob die dich gesehen haben. Oh, die gucken auch böse. Die fletschen ihre Zähne. Die gucken böse. Oh nein. Ah, ich hab mein Pfeil wiederbekommen. Wo ist Nephias da? Oh, du hattest schon wieder volles Leben. Geht. Also fast. Da kannst du hochkleinern, Nephias. Halt dich gut fest, Tarzan. Das hab ich dir gerade bekommen. Volle. Bau dir ein Bett. Ja! Hier, guck mal. Wenn du rechts gehst, da liegt ne Eisenleggins. Genau da runter. Ne, zurück, zurück. An dem Hang. Direkt an dem Hang. Da liegt ne Eisen. Ist das von dir? Oh, da unten, ja. Vielleicht von mir. Kann sein. Ach da. Ne, ich hatte keine Eisenhose. Manchmal liegen auch random irgendwo Items in der Gegend. Ich dich nach an, da kann ich anziehen. Sieht aber genauso beschissen aus, wie bei ihrem Charm. Die 70er Jahre sind zurück. Oh, und wenn du nochmal rausgehst aus dem Haus. Ne, er muss erstmal hoch, da ist ne Kiste. Da ist ne Kiste. Oh. Die ist leer. Ja, komm mal raus. Die kann ich mir merken, wenn die gleich aufgefüllt werden. Rechts rum. Rechts. Genau, nochmal rechts. Und da ist ne Kiste. Oh, alles leer, ey. Ah, doch. Könnt ihr die mal auffüllen, bitte? Ne. Mach doch mal. Slash auffüllen. Slash auffüllen. Kannst ruhig auch mal selber was machen, ey. Ich hab Angst vor den beiden, die da in einem befinden. Da oben ist ein Schwamm. In diesem Torbogen da oben drüber, weißt du? Siehst du das? Ne, hat er nicht gesehen. Ihr seht immer mehr als ich das, das Problem. Das kommt ja nicht hoch. Genau, wenn du da hoch gehst und dann nach links. Dann ist da ein Schwamm. Wir helfen uns immer voll, voll ghosten. Oh, die teamen ja auch. Ach. Alle Kisten wurden neu befüllt, Nefias. Oh, zurück. Ne, alle Schwämme sind auch resetet. Stopp, 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 stopp. Noch nicht. Erst holst du dir noch den Schwamm. Wo denn? Du bist ja eh schon fast da. Ach, da, 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 da. Ja, genau. Da sind sogar drei Schwämme hintereinander. Was ist das? Das sind XP. Ja, toll. Ja, hättest du den Enchantment-Table benutzen können. Oh, Speed. Hinter dem Baum ist auch noch einer. Och, Leute. Hinter dem rosa Baum? Ja. Und dann gehst du zurück zu dem Haus, wo du warst und holst dir die Kisten. Wert war das. War ein Holzschwert. Ne, das hatte ich schon. Oder ist das runtergefallen? Ist das runtergefallen. So, jetzt sind hier auf deinem Weg, wo du runtergehst, auch. Da sehe ich auch noch den Schwamm, ja, ja. Genau. Und die XP liegen da noch. Die kannst du dir auch noch mitnehmen, dann. Wo sind die? Unten? Die sind runtergefallen. Achso. Musst dir gleich an ganz dir irgendwas verzaubern. Oh, jetzt sind sie weggeflogen. Oder fliegen sie zu dir? Ich weiß nicht. Da auch mal hin. Ah, da. Zehn Level. Zehn Level? Das ist ja schon lucky. Links ist noch ein Block. Ja, genau. Links in dem Baum ist noch ein Block. Er muss erst mal zur Kiste, wenn er da ein gutes Schwert drin hat. Dann kann er, kann er mit den Leveln was anfangen. Es ist ein Schwamm geworden. Oh, dann war es vorher. Oh, oh. Oh, oh. Und sind die alle voll, die Kisten? Ne, warte mal, bist du tot, Nephi? Nein, ich wurde nur gerade. Hast du jedem Spieler geportet, oder was? Ja. Oh, das ist eine super Kiste gewesen, oder? Essens-technisch. Das war ein Schwamm. Hier oben ist auch noch ein Schwamm. Ich habe drei Badrock bekommen. Hier drin sind noch zwei Schwämme. Du musst bedenken, mit Badrock kannst du dich einbauen. Ohne Ende. Kann keiner wegmachen. Oh. Toll. Noch fünf Spieler übrig. Holt's Schwert. Draußen sind auch noch zwei Schwämme. Direkt vor dem Haus. Oh, wie viele Schwämme sind denn jetzt hier? Ich wusste gar nicht, dass so viele Schwämme sind. Und da noch, genau. Ja, auch in der Ecke hier? Ja. Darunter. Ne, stopp. Da. Ja, da. Oh! Widerrüstung ist es nur, oder? Egal. Nice. Da oben ist auch noch ein Schwamm. Da wurde hochgeklettert, bis an eine Liane. Genau. Ich hab aber noch keine gute Waffe. Der kommt jetzt. Dia Schwert. Dia Rüstung. Oh. Ah, nee. Und da in dem Baum ist noch ein Schwamm? Wenn du direkt, wenn du hochgehst, der Baum, der vor dir steht, da ist ein Schwamm drin? Jackpot! Da kommt auch meistens ein Dia Schwert mit raus. Ein Diamanten. War das echt ein Jackpot? Ja. Goldapfel. Ich hab Sticks, ich brauch das nicht überhaupt... Du musst zum Start. Da sind Workbenches, oder was? Ja, in der Mitte. Da, wo die Kisten, die ersten Kisten sind, ist dann noch ein Workbench. Da ist auch noch ein Schwamm drin. Du musstest den nur, ähm, gut machen. Wem? Den? Den? Den, da? Nee, warte. Vielleicht hat dir doch schon jemand geholt. Nee, vergiss es. Geh einfach zum Spawnen. Guck mal, 60 Sekunden. Du musst zum Spawnen. Geh ich richtig Richtung Spawnen? Ähm, ja. Da kommt aber gleich ein Spieler, der hat aber nichts. Das sind zwei. Sieht nicht gut aus für Nifias. Nee. Oh, du hast ihn. Nimm den Schwamm noch. Ich glaub nicht, dass er es noch zum Spawnen schafft. Doch, der Spawnen ist da drüben. Noch ein Schwamm ist da unten, links. Oh, hier liegt das Zeug. Ihr seid noch zu dritt. Du musst gucken, dass du heilst. Du bist unsichtbar. Ja. Krieg die Rüstung ab. Wie lange hält das denn, das Unsichtbare? Ach, jetzt bin ich wieder sichtbar. Nein, ich hänge ihm Spinnen mit. Sind eh zehn Sekunden. Hast du ein besseres Schwert? Wo bin ich denn jetzt hin geportet worden? Jetzt bin ich ein Deathmatch. Oh, er hat eine volle Eisenrüstung. Und ein Diaschwert. Ja. Bade. Aber hast du gut gemacht, Nephi. Tausend Schwämme gelootet nur. Aber du hast gut ausgerüstet eigentlich. Ich glaub, mein Meiknopf ist abgestürzt. Nee, doch nicht. Okay. Seht's zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.